Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und zwar wollte ich heute mal den Hype von Varro 4 aufgreifen Der Hype ist real, der Hype ist da Varro 4 läuft jetzt seit knapp einer Woche müsste es sein, wenn dieses Video hochkommt oder ich es zumindest drehe und da dachte ich mir, ich bin auch das erste Mal so richtig gehypt Die ersten drei Varros habe ich geguckt, war ich dabei, aber ich war nie so gehypt wie bei diesem Varro Das ist das Varro, wo ich wirklich so extrem drinnen bin und da dachte ich mir, ach komm, machst du doch einfach mal ein Video über 10 Fakten über Varro 4 So, kleine Vorentekündigung, es sind 9 Fakten, eine Meinung Aber egal, das sind quasi 4 Fakten, äh 10 Fakten, aber das macht nicht und ich würde sagen, wir fangen doch direkt mal mit den Fakten an Fakt Nummer 1 ist, die Gesamtzahl der Abos aller 60 Teilnehmer von Varro 4 steht am 6.12.2016 gegen 8 Uhr abends bei 32.589.818 Abonnenten 32.5 Millionen Okay PewDiePie, mehr Aber ich finde das schon eine riesige Zahl Und unter den 60 Teilnehmern gerecht verteilt wären das 500.000 Abonnenten pro Teilnehmer Aber man muss sagen, ähm Und damit kommen wir auch schon zum Fakt 2 dieses Videos Die meisten Abonnenten hat Und das hat mich selbst ein bisschen zumindest gewundert KonCrafter zu dem Zeitpunkt Mit 2.146.159 Abos Nicht Darlucat Nicht, äh, PeteSmith Nicht GommaHD, was ich gedacht hätte Nein KonCrafter Und die wenigsten Abos Hat GigaGuiWi Mit 2.089 Abos Das ist halt wirklich schon klein Wir haben Leute Mehrere mit 2 Millionen Wir haben Unge, ConCrafter, ähm PeteSmith Halt Leute, die mir alle nicht einfallen Und wir haben Leute mit 2.000 Abos Und das finde ich eigentlich das Schöne Dass das ein so heterogenes Projekt ist Dass da viele Leute Viele, viele unterschiedliche Leute dabei sind Und da beschweren sich ja immer viele drüber Dass es nicht nur Minecraft Leute sind Sondern alle Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt Und hier geht es darum Um die Netzwerke der Teilnehmer Das sind ja alles große YouTuber Die meisten sind dann dementsprechende Netzwerke Und laut Socialblade Ich habe meine Daten nur nach Socialblade Und was andere kann ich die nicht nehmen Sind 17 Teilnehmer Bei IDG Germany Bedeutet in Deutschland in der Regel Alliance Aufgehauen von IDG PeteSmith zum Beispiel Ähm Wir haben Bei IDG Odinaka Ähm Bei IDG Takaishi ist dabei Maudado Alle möglichen Leute Das sind die meisten Teilnehmer Ähm Das Netzwerk mit den meisten Teilnehmern Auf Platz 2 Und auf Platz 2 ist dann noch Divimove Mit Paluten zum Beispiel Oder Studio 71 Mit Croncrafter 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 Sarraza Äh Ich glaube der Sturmwaffel ist auch dabei Ja und dann kommt tatsächlich schon so die ähm Klein Ich sag mal Netzwerke in dem Fall Das ist Endemol TubeOne 300 Gaming Clerks Unique Die Maker Studios mit nur Unge Äh Hospital Records mit Corona Das sind Netzwerke die aber in diesem Projekt fast schon nicht mehr von Bedeutung sind Die meisten Videos aller Teilnehmer auf seinem Kanal hat natürlich ganz klar PeteSmith Zum selben Zeitpunkt wie der Abos 17.194 Videos aus dem Kanal Aber bei PeteSmith muss man sagen Das ist natürlich eine Gruppe von mehreren Leuten Die meisten Videos alleine hat sein Teampartner Dalukart mit 11.874 Videos auf einem Kanal von einer Person Und die wenigsten Videos wenn wir Kanallöschung wie dener jetzt mal außen vor nehmen Hat Selbstgespräch mit gerade mal 30 Videos Als nächsten Punkt habe ich mir gedacht In diesem Minecraft Projekt Wel viele der Teilnehmer sind eigentlich echte Minecraft YouTuber Laut ihrem Namen oder ihrem Profilbild Und da habe ich in meiner Recherche herausgefunden Dass 8 Leute einen Minecraft Skin haben Das sind ein paar Looten Der Bastige AG Minus Dude Next Attack Let's Fill Spark of Phoenix Faison und die Buddies Und 5 Leute sogar Craft in ihrem Namen haben Wendicraft MC Expert Natürlich mit Minecraft Cars Crafter Kran Crafter Und Con Crafter Das heißt wir haben insgesamt Gerade mal 13 von 60 Teilnehmern Die echte Minecraft YouTuber sind Was natürlich nur vom Namen ist Jemand wie Stegi ist natürlich Minecraft YouTuber Hat das aber weder in seinem Profilbild Noch in seinem Namen direkt stehen Für den nächsten Fakt Habe ich es mir doch tatsächlich angetan Jede einzelne Folge von Waro 4 Nummer 1 anzugucken Und dabei habe ich festgestellt Dass 5 Teams ihre Folge mit dem Wort Hallo beginnen 3 Teams mit Hey Und dann Äh Die Wörter Schönen Hallihallo Meine Yo Und so In gerade mal 2 Teams Ähm Vorkommen Das heißt Das was man eigentlich erwarten konnte Hallo ist das häufigste Wort In der ersten Folge Von Waro 4 Jetzt kommen wir auch schon zu einem Ich sag mal eher Einfachen Fakt Den aber nicht alle Leute wissen Wofür steht Waro Waro ist kein Begriff Waro ist eine Abkürzung Die für Vanilla Warplay steht Ziemlich simpel Oder auch laut Zombie Viele alte rollige Opas Fakt 8 Ist eigentlich kein echter Fakt Über Waro 4 Aber Da er auch an Waro 4 teilnimmt Habe ich ihn einfach mal mit reingenommen Der Sieger von Waro 3 Ist Let's Fill Der in Folge 24 Waro 3 gewonnen hat Und jetzt auch in Waro 4 Ich spoilere Die erste Folge überlebt hat Und einer der Favoriten Auch von vielen Leuten Für Waro 4 Wieder ist Damit kommen wir auch schon Zum nächsten Punkt Der eigentlich kein echter Fakt ist Sondern Mein Persönlicher Favorit Für Waro Team Waro 4 Da haben wir zum einen Meine Lieblingsteam Sag ich mal Das ist einmal Team 9 Mit Revi und Mo Einfach Weil ich die beiden Als YouTuber So feiere Und die einfach so lustig sind Und die so gute Unterhaltende Videos machen Und da auch wirklich Abwechslung Sag ich mal In Waro 4 Reinbringen Und auf der anderen Seite Hashtag Team Mautz Mit Kong und Quan Crafter Weil die Wirklich quasi Nicht Waro spielen Die machen in jeder Folge Challenges Die machen Was komplett anderes Und Ich finde auch die Bearbeitung Von deren Videos Mega gut Viele Leute Finden das total schrecklich Aber ich Finde das Meine gelungene Abwechslung Zu anderen Waro Videos Und das sind Meine beiden Lieblingsteams Was ich aber glaube Was das Sieger Team Von Waro 4 Sein wird Ist Hashtag Lord Schneckchen Mit Zombie Und Maudado Die sind für mich Einfach nach Abwägung Der PvP Skills Der allgemeinen Gaming Skills Der Ersten Drei Folgen Von Waro 4 Wenn ich mir das so angucke Der letzten Waros So das beste Team Was die für mich Besten Chancen Auf den Sieg In Waro 4 hat Und damit Kommen wir auch jetzt Schon zum letzten Fakt Denn Fakt Nummer 10 In Waro 4 Handelt darüber Warum Waro 4 Illuminati Confirmed ist Waro hat 4 Buchstaben 4 Buchstaben mal 4 Wegen des 4ten Waros Macht 16 16 endet eine 6 Wir hatten bisher 3 Punkte 3 mal 6 ist 666 666 666 ist die Zahl der Hölle In Waro gibt es ein Portal zur Hölle GLP hat vergessen die Spawn Protection Um die Hölle auszuschalten Also ist GLP ein Beschützer der Hölle GLP hat 3 Buchstaben Es gab bisher 3 mal Waro Ein Dreieck hat 3 Seiten Dreiecke sind das Logo der Illuminaten Also sind Waro 1, 2 und 3 Vorzeichen der Apokalypse GLP ist Beschützer der Hölle Und Waro 4 ist die Ankunft der Illuminaten Somit ist Waro 4 eindeutig Und unverfehlbar Illuminati Confirmed So ich hoffe euch hat dieses kleine Faktenvideo Faktenmeinungs wie auch immer man es nennen will Video gefallen Und Ja ich dachte mir Ich will einfach mal den Hype von Waro 4 nutzen Meinen eigenen Hype ein bisschen in ein Video einbauen Ein bisschen darüber reden Und ähm Ja ich hoffe es hat euch gefallen Und wir sehen uns im nächsten Video wieder Morgen auch immer Bis dahin Und Tschüss Bis dahin Bis dahin Bis dahin Bis dahin Bis dahin Bis dahin Bis dahin